Was geht ab, Kommisers, hier ist Backwater Gaming mit einem weiteren Video für euch. Ja, dies betretet sich um YouTube und um vid.me und ich zeige euch auch direkt mal warum, und zwar hat YouTube nämlich Werbeeinschränkungen bei mir am YouTube-Kanal vorgenommen. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und wie man hier sehen kann, sind sehr viele meiner Videos nicht werbetauglich. Ja, und das ist erst seit heute so. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich mir einen vid.me Account eingeführt. Wie man hier sehen kann, habe ich schon ein paar Videos hochgeladen, noch nicht sehr viele, es sind erst ein paar Videos. Und wie man hier sehen kann, 2.02 GB von 3 GB sind hochgeladen. Das ist das momentane Limit, was ich habe bei vid.me. Das wird am 10. September aufgehoben, also in zwei Tagen. Also kann gut sein, dass ich, äh, das ist mir reich, das Limit. Aber es kann sein, dass ich mal 500, 600 MB Dateien hochladen muss, zwei Tage lang und dann, oder vier Tage lang, und dann ist das Ding auch schon ruckus und quack. Von daher geht das nicht jeden Monat. Von daher will ich euch gerne bitten, und unterstützt meinen Kanal. Und zwar braucht ihr hier nur auf den Black Bonestar Gaming Kanal von mir zu gehen. Und dann tut ihr mir einfach nur auf Follower klicken. Und schon tut ihr mir folgen und tut mir riesig dabei helfen. Ja, und wenn ich 50 Follower habe, ich habe leider nur zwei Follower momentan. Also an dieser Stelle danke an der Kevin Keff und der Joker an dieser Stelle, dass sie mir schon mal folgen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mir folgt und ich 50 Follower bekomme, dann kann ich die Monetisierung anschalten. Was wiederum heißt, ich kann hiermit mein Geld verdienen und muss mich nicht mehr an die ganzen Regeln von YouTube halten. Was ist jetzt familienfreundlich, was ist jetzt nicht familienfreundlich. Und ich kann auch vielleicht sogar vid.me exklusive Let's Plays machen. Das müssen wir auch mal schauen. Das könnte ich definitiv überlegen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal hier folgen bei vid.me. Das würde mich riesig freuen, wenn ihr mich hier unterstützen würdet. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen oder halt ein Follow bei vid.me. Daumen nach oben, teilt es mir Freunde und Bekannten und dann sieht man sich sehr bald wieder. Bis dahin und tschüss.